Servus Whisky-Freunde! Heute habe ich für euch einen Julu dabei und zwar einen Julu mit einem Tawny Port Finish aus der Experimental Finish Serie. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und Hallo zusammen. Ich bin der Konstantin und du bist hier auf meinem Kanal Whisky Enjoy, dem Kanal für amerikanischen Whisky hier bei uns im deutschsprachigen Raum und ich habe euch heute wieder was vom unabhängigen Abfüller Nulu mitgebracht, wie ich so sagen möchte. Und zwar habe ich euch heute einen Finish in Tawny Port Barrels Nulu mitgebracht. Einen, nicht eine, genau. Es handelt sich um diese Flasche hier, wie so die ganzen Nulu Flaschen vom Design. Es unterscheidet sich immer so ein bisschen im Farbwachskopf hier oben und so ein bisschen am Etikett, aber im Großen und Ganzen dieses Design hier. Die Flaschen finde ich persönlich nicht so schön, die Etiketten finde ich schön tatsächlich. Und ich muss sagen, ich habe schon leckere Nulu probiert und weniger leckere Nulu. Da hier immer mit sehr unterschiedlichen Whiskys geblendet wird, auch so ein bisschen manchmal. Und dann eben auch ganz unterschiedliche, verschiedene Finishes auf die Whiskys über drauf gelegt werden oder versucht wird, mit diesen Whiskys zusammen zu verbinden. Genau. Aber wie schon anfangs gesagt, haben wir es hier mit dem Nulu Bourbon Whisky Finished in Tawny Port Barrels aus der Experimental Finish Series zu tun. None Chill Filtured. Das ist ja gut. Und das Ganze kommt hier auch in Cask Strengths daher. Single Barrels, Select Prohibition Craft Spirits. Da haben sie extra noch ein Aufkleber drauf gebracht, da auf dem normalen Etikett offensichtlich die anderen Sprüche noch nicht gereicht haben. Finde ich so ein bisschen belustigend. Genau. Die Wachskappe hier übrigens ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen nicht so gelungen. Man hat hier so Luftbläschen drin. Ich wollte euch gerade mal sagen, was die Flasche hier gekostet hat, habe ich mir aber tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Ich schreibe es vielleicht auf der Tafel, die ich einblenden werde, noch nach drauf. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dafür noch einen Preis finde. Dieser Nulu kommt an einem Dienstag raus, weil er zu den Abfüllungen gehört, die ich euch so gerne vorstellen möchte, die bei uns aber nicht regulär zu haben sind. Aber damit wir alle unser Portfolio, unseren Horizont erweitern können über die amerikanischen Whisky Abfüllungen, möchte man, sollte man, muss man doch auch Bescheid wissen, was es alles so in den USA gibt. Und genau sowas wie hier von Nulu, diese Finish-Geschichten sind ganz hoch im Kurs in den USA. Und da lohnt es sich schon auch ein bisschen darüber, Bescheid zu wissen. Und die eine oder andere Abfüllung lohnt sich tatsächlich auch zu jagen, da hier richtig leckere Sachen auch dabei sein können, wie ich sagen möchte. Genau. Gut. Was nun? Schauen wir mal, was diese Abfüllung hier, bevor ich mich total verplapper, noch so alles mitteilen kann. Der Nulu Bourbon Whisky, finished in Tawny Port Barrels, ist mit 60 Volumenprozenten, hört, hört, was 120 amerikanischen Proof entspricht, in die Flasche gekommen. Ist bei mir nicht so selten solch hochprozentige Abfüllungen, weil ich das eigentlich ganz gern mag, aber es ist natürlich nicht der Standard. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel zu sagen, was ich nicht schon gesagt habe. Er ist nicht kühlfiltriert. Er ist in Cask Stranks abgefüllt worden. Er hat ein fünf Monate Finish bekommen. Es ist kein Straight Whisky, weshalb ich davon ausgehe, dass er unter vier Jahre alt ist. Ich kann jetzt gar kein Alter auf der Flasche erlesen. Auch das blende ich euch noch ein. Der Spirit für diese Abfüllung hier kommt und das ist sehr transparent auf der Flasche draufgeschrieben von MGP in Indiana. Lawrenceburg, man kennt das, sehr viele beziehen ihren Sprit, ihren Grundspirit von MGP, aber dass es im Großen und Ganzen, wie ich herausgefunden habe, für mich zumindest keine so schlechte Sachen, da die Sachen von MGP eine gute Qualität haben. Definitiv. Es ist eine riesengroße industrielle Spritbude, die da steht von MGP. Man möchte sich doch mal Bilder im Internet davon anschauen. Also da wird unheimlich, unheimlich, unheimlich viel Alkohol produziert. Also nicht nur für Whisky, sondern auch für andere Spirituosen und für die Medizin und für die Industrie und so weiter und so fort. Aber was sie im Bereich Whisky und Rye und Korn und so machen, das ist definitiv schöner Sprit, mit dem dann andere und auch MGP selber ganz gut arbeiten können. Aber ich glaube, ich verlabere mich hier. Lasst uns dazu kommen, was ich hier im Glas habe. Der Nulu Bourbon Whisky hat eine kräftig dunkle Farbe. Es ist schon wirklich ein sehr, sehr dunkler Kupferton, den ich hier im Glas habe. Aber ganz klar, wir haben es hier mit einem Tawnyport Barrels Finish zu tun. Tawnyport ist, soweit ich das weiß, wirklich von sich aus schon sehr, sehr dunkel. Und nicht nur, dass hier tatsächlich die frischen Fässer für den Bourbon verwendet worden sind, wo schon viel Farbe rausgeht, sondern der Tawnyport und die Tawnyport Fässer geben hier natürlich auch nochmal ganz, ganz ordentlich Farbe an den Sprit ab. Und jetzt schauen wir mal, was mir der Nulu Bourbon Whisky mit dem Tawnyport Barrels Finish so in der Nase sagen mag. Springt mich doch gleich eine frische an. Da ist zwei Hauptkomponenten. Eine süße, dunkelfruchtige, etwas vergorene Fruchtnote, die da ist, ganz klar, die hier von diesem Tawnyport rührt und zusätzlich eine doch deutliche Eichenwürze, die mir aber hier ganz schön eingebunden vorkommt. Und das sticht mir auch in der Nase was anderes noch. Und zwar haben wir es hier mit ein wenig Teernote zu tun. Ihr kennt diesen für mich eher etwas unangenehmen Geruch, wenn man in der Nähe einer frisch geteerten Straße vorbeifährt oder gar über die frisch geteerte Straße fährt. Der Geruch, der da ist, ist definitiv nicht mein Geruch. Und diesen Geruch habe ich nicht fest. Lasst euch da nicht täuschen von mir oder so, sondern schon leicht. Aber er ist da. Ich würde mal sagen, der kommt aus diesen Tawnyport Fässern auch raus. Ansonsten ist er nicht viel. Wirkt für mich nicht sonderlich komplex. Die Frucht würde ich vielleicht so als eine sehr, sehr reife Pflaume, eine schon in der Sonne gelegen und leicht angematschte Pflaume bezeichnen. Ja, die Teernote ist einfach da. Ist vielleicht auch, wie ich letztens schon mal hatte, so eine leichte Knetgumminote. Ein bisschen Brokkoli. Also dieses, wenn man Brokkoli kocht, dieser Geruch, der im Raum hängt. Bisschen Würze. Bisschen Alkohol auch. Ist jetzt nicht das, wo ich gleich von Anfang an sagen würde, oh, der riecht aber lecker. Also ist schon ein bisschen wirklich eine experimentelle Nase. Krass. Diese leichte Brokkolinote, die kriege ich jetzt gerade immer wieder. Gut. Ich trinke mal einen kleinen Schluck Wasser und dann schauen wir mal, was er mir so auf der Zunge sagen mag. Ja, seltsam. Mehr kommt leider nicht. Lasst uns schauen, was der New Lou Barrel Bourbon Whisky Experimental Finish Serie ist, finished in Torni Port Barrels mir so auf dem Gaumen sagen mag. Cheers, Whisky-Freunde. Was die Nase ist, vermissen lässt. Bringt definitiv der Gaumen mit. Der ist gleich kräftig am Anfang. Richtig würzig, kräftig. Der schiebt an. Erstmal stark astringierend, die 60 Volumenprozente. Ziehen hier das Wasser aus dem Backen und geben es dann aber auch unmittelbar drauf wieder ab. Total intensiver Speichelfluss jetzt. Will nicht eklig wirken. Sehr, sehr viel Würze, kräuterige Würze, die da ist. Man merkt dieses Port Finish, aber man merkt auch noch den Bourbon Whisky hier. Das ist mal ein, wie ich meine, eher schöneres Bourbon Finish. Der Bourbon arbeitet mit dem Torni Port schön zusammen, gut zusammen. Da sind Bittermandelnoten, da ist Haselnuss da. Da ist überhaupt so eine Nussmischung. Es ist auch so ein bisschen die zarte Bitterkeit von Walnüssen da. Da sind Schokoladegenoten da. Eichenholz, Tannine, Kernschokolade, dunkle Schokolade ist da. Kakao ist da. Ja, eigentlich was, was mir ganz gut gefällt. Die Weinnote ist auch nicht zu verstecken. Jetzt, wo ich ihn auf dem Gaumen hatte, kommt tatsächlich auch dieses Weinige vom Torni Port so ein bisschen stärker in der Nase raus. Das war für mich vorher verschlossen. Da kommen jetzt auch so ein bisschen leicht weinsäuerliche Noten damit raus. Die Süße kommt hier jetzt auch so ein bisschen mehr. Vanille ist so ein bisschen da. Ja, nachdem ich jetzt einen Schluck hatte, ist definitiv so ein bisschen mehr von der Nase offenbart worden. Gut, ich nehme jetzt noch einen zweiten Schluck, weil der erste hat mir schon richtig gut getan, hat mir richtig gut gefallen, aber hat mich so ein bisschen übermannt. Schauen wir mal, was beim zweiten Mal kommt. Schön. Wieder Würze, Kraft, richtig schön. Auch beim zweiten Schluck wohl ein voluminöser, kraftvoller Antritt, der aber nicht zu wild und zu ungestüm ist. Und was ich jetzt als allererstes hatte, wo ich ihn im Mund hatte, salziges Karamell. Und erst dann kommt jetzt so diese fruchtige Note vom Torni Port. Der ist richtig, richtig schön. Das gefällt mir tatsächlich gut. Das ist mal ein schönes Finish, das Nulu hier so gebracht hat. Das letzte, was ich euch gebracht habe, also jetzt nicht von Nulu, ich glaube von Darkness war es. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen, war ja ein Sherry Finish. Wir haben es hier mit einem Port Finish zu tun. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube überhaupt, dass mir, habe ich jetzt so den Anschein, die Port Finishes besser bei amerikanischem Whisky gefallen, wie die Sherry Finishes. Aber da kann ich mich jetzt auch gerade täuschen irgendwie. Es ist auch unterschiedlich, je nach Spirit. Aber das ist tatsächlich eine schöne Abfüllung. Etwas, das man sich gefallen lassen kann. Etwas, das man sich merken kann. Ich weiß nicht, ob diese Flasche noch erhältlich ist. Ich habe diese Flasche übrigens auch wieder, wie so oft, aus einer Flaschenteilung bekommen. Und habe nur noch ein kleines Schlückchen da, das ich vielleicht noch anderweitig teilen werde. Schöne Sache. Und den werde ich nach dem Video noch so ein bisschen genießen. Gut, ich hoffe, dir hat gefallen, dass ich dir diese Flasche hier auch mal vorgestellt habe. Auch wenn sie du vielleicht noch nicht gehabt hast. Vielleicht auch genau an diese Abfüllung hier nicht mehr rankommst. Aber wenn dir Julu mal irgendwo über den Weg läuft, dann denke daran, es ist auf jeden Fall mal wert, sich so eine Abfüllung ins Haus zu holen. Man erweitert seinen Horizont. Es ist was Experimentelles. Aber in der Regel immer was Schönes. Der Spirit, der dafür verwendet wird, ist in der Regel immer ein guter. Und je nach Händchen ist das darauf gelegte Finish dann mal richtig gut, wie jetzt bei dieser Abfüllung oder manchmal auch nicht so gut. Aber das hat natürlich auch mit dem eigenen Geschmack zu tun. Ich berichte hier ja immer über meinen Geschmack zu den Abfüllungen. Und das kann bei dir ja auch ganz anders sein. Hast du diese Abfüllung tatsächlich auch schon im Glas gehabt, dann schreib mir das doch bitte unten in die Kommentare und wie deine Erfahrungen mit dieser Abfüllung gewesen sind. Das wäre super, genau. Hat dir mein Video gefallen? Lass mir einen Daumen nach oben da. Gefällt dir überhaupt mein Kanal und du hast es noch nicht getan? Um Gottes Willen. Dann lass mir doch bitte auch ein Abo da. Kostet dich nichts. Mich bringt es weiter und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das schon getan hast und keins meiner weiteren Videos mehr verpassen willst, dann drück doch auch auf die Glocke. Dann verpasst du keins mehr, kriegst jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video rausbringe hier auf YouTube, auf meinem Kanal. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht und dir wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky & Joy. Tschüss. Tschüss.